Herzlich willkommen im Kita-Portal Augsburg. Sie haben eine Zusage von einer Einrichtung erhalten? In diesem Video erklären wir Ihnen, wie Sie diese Zusage annehmen. Überprüfen Sie den Namen der Einrichtung, die Ihnen eine Zusage gegeben hat. In diesem Beispiel ist es der Testkindergarten 1. Klicken Sie in Ihrem Benutzerkonto auf der linken Seite auf Vormerkungen. Suchen Sie dann die Vormerkung der jeweiligen Einrichtung. Diese Vormerkung hat jetzt den Status Zusage durch Kita. Klicken Sie auf Vormerkung ansehen. Dadurch öffnet sich diese Vormerkung. Scrollen Sie ganz nach unten und klicken Sie auf Zusage annehmen. Setzen Sie den Haken bei Ich stimme zu und klicken auf Jetzt Vormerkung zusagen. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben erfolgreich den Betreuungsplatz online angenommen. Kontaktieren Sie nun die entsprechende Einrichtung und fragen nach, wie es mit dem Vertrag weitergeht.